Guten Abend Büros, jetzt im Test die Akedo, das Kaliber liegt bei 20 mm, hat 10 Schuss, eine NEM von 84,2 Gramm, die Brenndauer liegt bei 15 Sekunden und der Effekt steht hier für alle die es interessiert, ich glaube das sieht man kaum, ja ich lese es gerade mal vor, Titangold beide mit grünen Blinksternen, Brokatkohl und mit blauen Sternen, ja dann Feuer frei. Alter die Standzeit, steht immer noch, steht immer noch, jetzt ist es weg, Alter wie geil war die denn? So da kommen wir zum Fazit, ja eine wirklich sehr tolle Batterie, die man für einen Preis von 6 Euro sich definitiv mal mitnehmen kann, also da kann man nichts falsch machen mit. Ja das war es mit dem Video und ciao Büros. Bis zum nächsten Mal.